Hallo liebe Zuschauer, ich bin wie immer ein bisschen spät dran, aber diese Diskussion um Stefan Homburg und Cancel Culture hat mich in den letzten Tagen nicht in Ruhe gelassen. Ich finde es zunehmend nervig, wie manche neulich Cancel Culture als eine Art Kampfschrei missbrauchen, um die eigene Verantwortung loszuwerden. Niemand will mit Herrn Homburg diskutieren. Ist das berechtigt oder ist der Arme wirklich Opfer geworden? Lasst uns erstmal einen Blick auf die Sache aus seiner Perspektive werfen. Eine öffentliche Diskussion an der Uni Wittenherdecke über die Angemessenheit der Corona-Maßnahmen ist nach einer Kampagne gegen Kritiker wie mich vom Universitätspräsidenten verboten worden. Die Erklärung dazu war unnötig und kaum durchdacht. Vor einigen Wochen lud die Universität Wittenherdecke Ulrike Guero, Gero, lass uns bei Ulrike bleiben, mich und viele andere Redner ein, um über die Angemessenheit der Corona-Maßnahmen wissenschaftlich zu diskutieren. Die Veranstaltung sollte öffentlich stattfinden und per Aufzeichnung in den sozialen Netzen verbreitet werden. Das klang spannend, weshalb ich gern zusagte, den Eröffnungsvortrag zu halten. Während ich noch in der Vorbereitung steckte, erhielt ich die Nachricht, dass einige Referenten abgesagt hatten, was bei Tagungen mit vielen Eingeladenen aber nicht ungewöhnlich ist. Plötzlich startete indes auf einem Blog und in einem Lokalblatt eine Kampagne, die die Universität als Veranstalterin angriff und ihr vorwarf, Aussagen einer Bühne zu geben, die nachweislich widerlegt seien. Daraufhin hat Universitätspräsident Prof. Dr. Martin Butzlaff die Durchführung der Veranstaltung gestern verboten. Welche angeblich widerlegten Aussagen das Verbot inhaltlich rechtfertigten, stand nirgendwo, am wenigsten in der Mitteilung des Präsidenten. Ich selbst vertrete seit März 2020 Folgendes. Zu den vier verbreiteten Coronaviren, die für einen Teil der Erkältungskrankheiten verantwortlich sind, ist unlängst ein fünftes mit ähnlichen Eigenschaften hinzugetreten. Gesunde Infizierte merken hiervon kaum etwas oder leiden einige Tage an einem kribalen Infekt. Für ältere und Vorerkrankte kann eine Infektion mit SARS-CoV-2 jedoch gefährlich oder gar tödlich sein, ähnlich wie eine Infektion mit Rino, RS oder Para-Influenzaviren. Naja, wenn er nicht kapiert, was daran falsch sein sollte, dann ist ihm wirklich nicht zu helfen. Er gibt also sogar stolz zu, das Problem zu leugnen. Fachleute, nicht irgendwelche Finanzprofessoren, sondern Fachleute, haben keinen Zweifel dran, dass SARS-CoV-2 nicht mit RSV oder Para-Influenzaviren in einem Topf zu werfen ist. Wenn jemand das dennoch behauptet, leugnet er Fakten. Schon ein guter Ausgangspunkt. Ich erinnere mich außerdem an einige andere Aussagen des Herrn, der er in dieser Auflistung großzügig ausblendete. Wir kommen noch dazu. Als die Uni erstmalig mit ziemlich heftiger Kritik konfrontiert wurde, haben sie die Veranstaltung verteidigt. Unsere Universität hat sich mit allem, was sie hat, gegen diese Pandemie gestellt. Da erscheint es vielen als pure Provokation, dass an der Uni eine Tagung organisiert wird, in der grundlegende Aspekte dieser gemeinsamen Arbeit aller Voraussicht nach in Zweifel gezogen werden. Und geradezu unerträglich kommt hinzu, dass diese Tagung in den Medien so dargestellt wird, als würde sie die Haltung der gesamten Universität widerspiegeln. Vielleicht ist es daher verständlich, dass mehrere Stimmen in der Universitätsgemeinschaft laut werden, die ein Verbot der Tagung einfordern. Und doch leben wir in einer Gesellschaft, zu deren unabdingbarem Fundament die Meinungsfreiheit gehört. In einer Gesellschaft, die Universitäten hat, die den kritischen Diskurs fördern und die Perspektivenvielfalt ermöglichen. Mit Voltaire gesprochen. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Wenn der Universität nun in größeren zeitlichen Abständen eine verschwörungstheoretische Nähe, eine Querdenkersympathie oder eine weltanschauliche Engstirnigkeit unterstellt werden, sollte uns das verunsichern? Nein, wir haben keinen Grund an unserer Unabhängigkeit, an unserem Erkenntnisdrang und an unseren weithin anerkannten wissenschaftlichen Beiträgen zu Lösung wichtiger Aufgaben in der Zivilgesellschaft zu zweifeln. Nachdem einige Referenten die Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt hatten und der Veranstalter keinen Ersatz organisieren konnte, sah die Leitung für einen ausgewogenen wissenschaftlichen Diskurs keine Hoffnung mehr. Sie distanzierten sich ausdrücklich von der Querdenkerszene und äußerten sich erfrischend klar und deutlich. Gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, dass die Toleranz für extreme Positionen nicht grenzenlos ist. Und dass unsere Universität in der, immer wieder neu, schwierigen Frage eines Grenzverlaufes an drei klaren Kriterien orientiert. Wir sehen den letzten Punkt nicht mehr erfüllt, da mehrere der eingeladenen wissenschaftlichen Experten abgesagt bzw. sich von der Tagung distanziert haben und die Initiative, dass ich ihm wir keinen adäquaten wissenschaftlichen Ersatz finden konnte. Die Veranstaltung ist damit aus unserer Sicht in einer ausgeprägten inhaltlichen Schieflage. Ein angemessen kritischer wissenschaftlicher Diskurs von Experten auf Augenhöhe ist nicht mehr gewährleistet. In diesem ganzen Drama spielte offenbar der Volksverperzer-Blog eine entscheidende Rolle. Sie haben die Einladung Homburgs in diesem Artikel am 5. Oktober scharf kritisiert. In den letzten Absätzen sagte der Autor Matthias Meissner das. Eine Schlussbemerkung noch zu Homburg und Ulrike. Beide gelten als Aushängeschilder in der Szene der Pandemieleugner. Die Masche der beiden ist sehr ähnlich. Im Juni 2022 schrieb die Faz über Ulrike, die Ikone der Querdenkerszene, Sie sehe sich als Streiterin für die Meinungsfreiheit und werde von ihren Anhängern wegen dieser Aussage als Ikone verehrt. So rechtfertige sie selbst ihre Auftritte bei verschwörungsideologischen Portalen wie Apulut, Rubicon oder im Punkt Preradovic. Im Mai 2020 schrieb der Tagesspiegel über Homburg, der Wissenschaftler beziehe sich auf seriöse Datenquellen. Homburg riss den einen Satz dazu aus dem Kontext und zitiert ihn bis heute im Hintergrundbild seines Twitter-Profils. Homburg nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die nur schwer zu widerlegen sind. Und gerade das macht ihn so gefährlich. Vollständig zitiert ging es im Tagesspiegel aber so weiter. Der Finanzwissenschaftler interpretiere seine Quellen so, dass sie ausschließlich seiner Thesen stützen würden. Er unterstellt Politik, Medien und Wissenschaft dem nächsten Schritt, Panik zu verbreiten und die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. Ich habe es gecheckt und das stimmt. Der Artikel im Tagesspiegel war überhaupt nicht positiv, aber Herrn Homburg reichte ja dieser eine Satz. Und der steht wirklich immer noch da. Herr Homburg, wie peinlich ist das denn? Wenn wir aber gerade dabei sind, müssen wir unbedingt diese Tweets angucken. Am 17. Mai 2022 schrieb er, das hier ist 1933. Damals gab es keinen Krieg und keine Lager. Es wurde erst die Demonstrations- und Meinungsfreiheit abgeschafft, dann das Rechts-, Presse- und Wissenschaftssystem gleichgeschaltet. Sechs Jahre später war man dann soweit. Als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein Vergleich nicht nur ethisch-moralisch, sondern sogar auch historisch falsch ist, antwortete er offenbar nichts weiter. Sein Umgang mit Kritik ist mehr als interessant. Der Tagesspiegel hat ein wirklich tolles Beispiel gefunden. Corona-Infektionen sind praktisch gleich null. Mindestens 1,4% der Tests sind positiv falsch. Bei 300.000 Tests wöchentlich ergibt das 4.200 Fehlresultate. Das sind mehr Infektionen als letzte Woche gemeldet. Das Virus ist verschwunden. Er weiß nicht mal, dass das nicht positiv falsch, sondern falsch positiv heißt. Als jemand namens Gerd ihn auf seine Rechenfehler aufmerksam machte, reagierte er so. Okay, sie schaffen es auf irgendeine Weise, mit den unsinnigsten Beiträgen immer ganz oben in der Trefferliste zu landen. Geld? Jedenfalls war das ihr letzte Beitrag hier. Der Professor sitzt sowieso auf einem ziemlich hohen Ross, wie man hier an diesem Beispiel auch erkennen kann. Hab's mir angeschaut. Der widerspricht sich ja selbst. Hat die Pharma-Lobby nichts Besseres gefunden als einen anonymen Youngster? Es tat mir in der Seele leid. Wenn jemand eine andere Meinung vertritt, wird man also sicherlich bezahlt. Geld, Pharma-Lobby, was sonst. Das ist eine tolle Geschwächskultur und sicherlich ein Hinweis darauf, dass derjenige an offenen Diskussionen und an Meinungsvielfalt interessiert ist, wie das so gerne betont wird. Herr Homburg wirkt ziemlich schnell beleidigt, blockiert Menschen, die ihm widersprechen und greift sehr gerne persönlich an. Na gut, jeder kann mal Fehler machen. Man sollte jemanden deswegen nicht gleich komplett abschreiben. Herr Homburg sieht sich ja als Wissenschaftler. Wir sollten vielleicht seine wissenschaftlichen Beiträge zur Corona-Pandemie angucken. Er scheint besonders auf diese zwei Artikeln stolz zu sein. In dieser ersten hochwissenschaftlichen Arbeit kommentiert er einen anderen Artikeln. Mit Herrn Kubaner zusammen. Mit Kubaner. Das ist nicht okay. Das muss jetzt stoppen. Ja. Mit dem Mann, der seine falschen Kalkulationen und Theorien bei ServusTV präsentierte. Was für eine traumhafte Partnerschaft. In diesem Video könnt ihr übrigens meine Meinung zu Kubaner anhören. Ein noch kleiner YouTuber und unser Patron Alexander Jor hat sogar die Simulation Kubaners nachgebaut und zeigt in seinem Video klar und deutlich, mit welchen Methoden er die Statistiken manipulieren könnte. Der Tag würde nicht kommen, an dem jemand so lange an den Parametern herum experimentieren würde, bis das exakt gleiche Diagramm rauskommt, um dem Schwindel auf die Schliche zu kommen. Nun, der Tag ist gekommen. Und der Schwindel ist aufgeflogen. Kubaner hat sich eine sinnvolle Simulation ausgedacht, in der die Impfungen die einzige Ursache für die Todesfälle sind. Doch weil diese Simulation seine These ebenfalls widerlegt, verzerrt er die Kurve völlig willkürlich mit einer ganz und gar nicht sinnvollen Formel und er hält damit eine ganz neue Kurve, die seine These unterstützt. Ich werde das Video von Alexander unten verlinken. Schaut euch es an, es lohnt sich wirklich. Und vielleicht kann ich auf diese Weise ein paar Abos Alexander beisteuern. Mindestens dieses ein Video, was ich von ihm gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Dieser Kommentar von den beiden Herren ist natürlich ein Preprint ohne Peer Review. Ich habe keine Ahnung, wieso was überhaupt veröffentlicht werden konnte. Bitte lese nur die ersten Sätze. Ein Schlüsselkonzept in der Epidemiologie ist die effektive Reproduktionszahl RT, wobei T die Zeit angibt. Diese Funktion stellt die erwartete Anzahl von Infektionen dar, die von einer infizierten Person erzeugt werden. Ceteris paribus, die effektive Reproduktionszahl beginnt bei R0, die als grundlegende Reproduktionszahl bezeichnet wird und nimmt monoton ab. Der monotone Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Personen, die für die Infektion anfällig, aber noch nicht infiziert sind, mit der Ausbreitung des Virus abnimmt. Natürlich kann die Funktion RT durch nicht-pharmazeutische Interventionen sowie durch freiwillige Verhaltensänderungen beeinflusst werden. Im Falle einer endlichen Population sinkt die effektive Reproduktionszahl jedoch automatisch und notwendigerweise im Laufe der Zeit. Diese Aussagen sind höchst manipulativ und irreführend. Sie sprechen hier von der Reproduktionszahl und effektiven Reproduktionszahl. Unter Reproduktionszahl oder R0 versteht man folgendes. R0 ist kein Maß für die Schwere einer Infektionskrankheit und die Schnelligkeit der Ausbreitung eines Erregers durch eine Population. Es ist keine biologische Konstante für einen bestimmten Erreger. Es wird in Fällen berechnet, in denen es keine Immunität in der Population gibt. R0 wird durch folgende Variablen beeinflusst. Die Dauer der Infektiosität nach einer Infektion, die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Infektion pro Kontakt zwischen einer empfänglichen Person und einer infektiösen Person und die Kontaktrate. Die Infektiosität des Erregers und die Dauer der Ansteckung sind biologische Konstanten, aber das Ausmaß der Mensch-zu-Mensch-Interaktion variiert und daher wird R0 sich in Abhängigkeit davon auch verändern. Und was ist die effektive Reproduktionsnummer? Die effektive Reproduktionszahl, auch als RT bekannt, ist die Anzahl der Menschen in einer Population, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Person infiziert werden können. Die Zahl ändert sich, als die Bevölkerung zunehmend immunisiert wird, entweder durch individuelle Immunität nach einer Infektion oder Impfung und auch, wenn Menschen sterben. Zu den Faktoren, die RE oder RT beeinflussen, gehören die Anzahl der Infizierten, die Anzahl der empfänglichen Personen, mit denen infizierte Menschen in Kontakt stehen und das Verhalten der Menschen wie soziale Distanzierung. Es gibt unterschiedliche Schätzungen über den R0-Wert der SARS-CoV-2. Die meisten Quellen nennen etwas zwischen 3 und 5. Das heißt, dass ohne jeglichen Maßnahmen jede infizierte Person 3, 5 andere Personen anstecken würde. Die effektive Reproduktionszahl ist für die Überwachung eines dynamischen Geschehens aber etwas besser geeignet. Diese Zahl ändert sich ständig, aber nicht so, wie die Herren das behaupten. Sie sagten ja, die effektive Reproduktionszahl beginnt bei R0, die als grundlegende Reproduktionszahl bezeichnet wird, und nimmt monoton ab. Der Wert dürfte also etwa so dargestellt werden. Das würde aber nur in einer extrem passiven Gesellschaft, in der niemand gegen das Virus immun ist und niemand etwas macht, so ablaufen. So würde jeder Mensch 3, 5 andere anstecken, bis niemand mehr üblich bleibt, der angesteckt werden kann. Das Virus würde sich rasant ausbreiten, unglaublich viele umbringen, und dann wäre es vorbei. So etwas gibt es aber zum Glück nur in Simulationen, nicht im echten Leben. Lass uns also angucken, wie diese monotone Abnahme in den letzten zwei Jahren in der Realität aussah. Unsere Nachbarn, die Holländer, haben den Wert schön grafisch dargestellt. Ich nehme also ihre Webseite. Ich habe etwas Vergleichbares auf Deutsch nicht gefunden, aber das ist ja für die Darstellung des Problems nicht unbedingt erforderlich. Die zwei Kurven sind schon erstaunlich ähnlich, nicht wahr? Tja, die Realität ist doch sehr anders als das, was die beiden behaupteten. Das ist aber nicht verwunderlich. Die effektive Reproduktionszahl wird von vielerlei Faktoren beeinflusst, und die Anzahl an Menschenkontakten ist selbstverständlich entscheidend. Wenn jeder beliebig viele Menschen treffen kann, werden mehr Neuinfektionen auftreten. Wenn man zu Hause sitzt, wird man wahrscheinlich weniger Menschen anstecken. Wann, wie und wie lange Lockdowns verhängt werden sollten, ist eine sehr schwierige Frage, und es gibt außer dieses einen Wertes unzählige weitere Faktoren, die in der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Lockdowns wirken, wenn sie richtig eingesetzt werden. Das ist keine Frage. Die Frage ist, müssen sie unbedingt eingesetzt werden? Und darüber kann man sehr gerne diskutieren. Das Problem ist aber, dass Herr Romburg und seine Freunde keine Diskussion suchen. Ich bin der Meinung, dass sie sich bereits ganz klar entschieden haben und einfach Möglichkeiten suchen, ihre vorgefertigte Meinung durch irgendwas zu bestätigen. Das macht eine wissenschaftliche Diskussion unmöglich. Es mag ansonsten sein, dass dieser Artikel keine weiteren Fehler hat und die Kritik an Flachsmann wirklich berechtigt ist. Reproduktionszahlen werden nach unterschiedlichen mathematischen Modellen berechnet. Ob Flachmanns Berechnungen korrekt waren oder nicht, kann ich nicht entscheiden, da ich nicht die Zeit und das mathematische Wissen habe, um das zu beurteilen. Im besten Fall für unseren Herren kann man aber annehmen, dass sie vielleicht einen Fehler in einer der zig Berechnungsmodelle gefunden haben. Dafür haben sie bereits in ihrer Einführung dargelegt, dass sie das eigentliche Problem entweder nicht verstanden haben oder bewusst falsch darstellen wollten. Lass uns also den zweiten verlinkten Artikel angucken. In diesem Artikel werden statistische Spielereien des Herrn Kubandner vorgestellt, die wir schon von meinem vorherigen und unten verlinkten Video kennen und die im Detail von Alexander Jor auch debunkt wurden. Wir können also diese schönen Grafiken mit ruhigem Gewissen einfach ignorieren. Dieser Artikel lässt sich viel einfacher enthüllen. Überlegt euch mal ganz kurz, was sie hier eigentlich gemacht haben. Sie haben einen einzigen Parameter, den RE-Wert, isoliert und anhand dieses einen einzigen Wertes wollen sie die Welt erklären. Ja, als wäre der Lockdown nur anhand einer Simulation verordnet worden. Es spielten keine anderen Faktoren eine Rolle, nicht wahr? Wir haben schon in der Humburg-Schule gelernt, immer nur die Informationen hervorheben, die die eigene These unterstützen. Und ich denke, genau das hat der Autor des Tagesspiegels gemeint. Jegliche andere Faktoren, die eventuell für die Richtigkeit des Lockdowns sprechen könnten, werden einfach ignoriert. Die Herren scheinen echte Meister in dieser Disziplin zu sein. Es ist hier genau das gleiche Prinzip wie das, was Herr Humburg auf Twitter so schön demonstriert. Sie nehmen einen beliebigen Satz aus einem ganzen Artikel heraus und ignorieren den ursprünglichen Kontext komplett. Man kann nicht alles auf einen einzigen Wert reduzieren. Schön wär's, aber die Welt funktioniert nicht so. Das ist der wichtigste Punkt. Lasst euch nicht durch die Zahlenspielereien blenden, fragt einfach, was der Sinn der Sache sein sollte. Und jetzt möchte ich euch die Frage stellen. Ist Herr Humburg Opfer der Cancel Culture geworden? Was haltet ihr von der Sache? Wir können gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und ich würde mich damit für heute auch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.